Eine neue Ära beginnt. Oktagon kommt nach Deutschland. Zum ersten Mal Mixed Martial Arts in der ikonischen Festhalle in Frankfurt. Freut euch auf den mehrfachen deutschen MMA-Champion Christian Eckerlehm. Ein Kämpfer, der bereits eine Siegesserie von sieben Siegen aufzuweisen hat und der die Ambition hat, der nächste Oktagon-Weltergewichtschampion zu werden. Die Schlacht um Deutschland kann beginnen. Stefan T-800-Pütz. Mit 14 Meistertiteln auf seinem Konto geht er in das Duell gegen Martin Kingkong-Savada. Einem der erfahrensten deutschen MMA-Kämpfer im Halbschwergewicht. Lightweight-Titelkampf. Ivan Buki Buchinger gegen Lausanne, der Black Panther-Kater. A star has been born here. Der beliebteste tschechische MMA-Kämpfer. Carlos Terminator Vemola. Dazu kommt das spektakuläre Finale der TV-Show Oktagon Challenge. Am 4.6. in der Festhalle Frankfurt. Tickets ab sofort erhältlich bei Ticketmaster.